Wir lieben Essen. Wir konsumieren gerne und viel. Und das auf verschiedene Art und Weise. Aber eines haben wir alle gemeinsam. Wir verschwenden Lebensmittel. Ihr denkt, das sind nur kleine Mengen? Hochgerechnet sind das weltweit 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. Von allen produzierten Lebensmitteln könnte die gesamte Weltbevölkerung satt werden. Trotzdem müssen eine Milliarde Menschen hungern. Die einen haben wenig, die anderen im Überfluss. Dies wirkt sich auf die jeweilige Lebensmittelwertschätzung aus. Im Süden Afrikas zum Beispiel werfen Verbraucher 2% ihrer gekauften Lebensmittel in den Müll. In Nordamerika hingegen sind es 15,7%. Als Teil Europas gehört Deutschland zu den größten Verschwendern. Denn in Deutschland landen im Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Das ist fast ein Drittel unseres Nahrungsmittelverbrauchs. Dies entspricht dem Gewicht von 3,3 Millionen ausgewachsenen Elefanten. Von diesem Müllberg sind 8 Millionen Tonnen bisher unvermeidbar. Denn sie entstehen zum Beispiel durch Koch, Säuberungs- und Schnittverluste. Die anderen 10 Millionen Tonnen sind jedoch vermeidbar. Das ist so viel, wie wenn man den Kölner Dom 70 Mal mit Mehl befüllt. Was bringt das für Folgen mit sich? Mit jedem umsonst angebauten und verarbeiteten Lebensmittel werden wertvolle und teils limitierte Ressourcen wie Wasser, Land, Arbeitskraft und Zeit verschwendet. Außerdem verursacht es unnötige Treibhausgasemissionen. 26,1 Millionen Tonnen CO2 werden durch die Erschließung neuer landwirtschaftlicher Nutzflächen ausgestoßen. Und 21,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente entstehen entlang der Wertschöpfungskette. Von diesen insgesamt rund 48 Millionen Tonnen unnötig ausgestoßenen Emissionen könnten 24 Millionen Menschen ein Jahr lang Auto fahren. Das wären über die Hälfte der PKW-Besitzer in Deutschland. Aber was können wir tun, um der Verschwendung entgegenzuwirken? Auf politischer Ebene gibt es schon das Ziel der UN bis 2030 die Lebensmittelabfälle zu halbieren. Trotzdem sollten niedrigere Normen gesetzlich festgelegt und das Wegschmeißen im großen Stil verboten werden. Zudem sollte der Handel mehr Verantwortung für die ihm vorausgehende Lieferkette übernehmen und Handelsnormen lockern. Außerdem können alle Beteiligten der Wertschöpfungskette auf verschiedene Weise Lebensmittel retten. Der Bauer kann anbieten, dass Reste seiner Ernte direkt vom Feld abgeholt werden. Außerdem kann er sie in einem Hofladen weiterverkaufen. Die Industrie kann Reste auf verschiedenste Weise weiterverwerten, ebenfalls weitergeben oder verkaufen. Für den Groß- und Einzelhandel ist es sehr einfach, Reste und Abgelaufenes weiterzugeben. Denn die stetig wachsende Food-Sharing-Community holt genau diese Ware ab. Außerdem gibt es Läden wie zum Beispiel Surplus und The Good Food, die ausschließlich Abgelaufenes und Aussortiertes für kleines Geld weiterverkaufen. Restaurants können ihren Gästen anbieten, ihre Reste mitzunehmen. Zu groß geplante Mengen können ebenfalls dem Food-Sharing oder der Tafel zur Verfügung gestellt werden oder über die App Too Good To Go für einen kleinen Preis an freudige Abnehmer weitergegeben werden. Der Verbraucher kann von alledem nur profitieren und gerettete Lebensmittel umsonst oder für kleines Geld verzehren. Außerdem kann er sich beim Food-Sharing zusätzlich engagieren und Lebensmittel retten. Es gibt für alle Beteiligten also etliche Möglichkeiten. Was kann aber jeder Einzelne tagtäglich tun? Zum einen ist es wichtig, den Überblick darüber zu behalten, was man noch zu Hause hat. Dann kann man seinen Einkauf richtig planen und nur kaufen, was man wirklich benötigt. Des Weiteren ist es wichtig, seine Lebensmittel richtig zu lagern, um sie vor dem Verfrühten, Schlechtwerden zu bewahren. Beim Kochen sollte man darauf achten, die Portionen abzumessen und übriggebliebenes weiter zu verwerten oder einzufrieren. Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum eines Produktes überschritten, bedeutet dies nicht, dass es nicht mehr verzehrbar ist. Hierbei kann man sich auf seine eigenen Sinne verlassen und es auf Geruch, Farbe, Konsistenz und Geschmack testen. Ist man dennoch ab und zu unterwegs, ist es keine Schande, sich die Reste einpacken zu lassen. Denn am nächsten Tag freut man sich darüber. Die ausschlaggebendste Veränderung muss aber in unseren Köpfen passieren. Denn das Wichtigste ist, dass wir Lebensmittel wieder wertschätzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017